Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 25. Juni Die Liebe hofft alles. 1. Korinther 13, Vers 7 Was Liebe ist, können wir nur bei Jesus lernen. Seht ihn dort am Kreuz hängen, um ihn herum nur Verachtung, Spott und Ablehnung. Es gibt eine Novelle von dem dänischen Dichter Jens Jakobsen, in der er diese Kreuzigungsszene schildert. Und dann fährt er fort. Da sah Gottes Sohn, dass sie der Erlösung nicht wert waren. Und er riss seine Füße über den Kopf des Nagels heraus und er ballte sein Hände und riss sie los. Und er sprang herab und riss sein Gewandern sich mit dem Zorn eines Königs und fuhr zum Himmel auf. Und das Kreuz blieb leer stehen und das Werk der Versöhnung ward niemals vollbracht. Bestimmt wäre es so gewesen, wenn Jesus so wäre wie wir. Aber er blieb am Kreuze bis zum Ende. Denn in seinem Herzen brannte die Liebe Gottes. Und die sieht nicht nur auf die Gegenwart. Sie hofft alles. So schaute Jesus in die Zukunft. Da sah er im Geist, wie Millionen von Sündern an ihn glauben und durch ihn Kinder Gottes werden. Er sah, wie unzählbare Scharen durch sein Blut gereinigt werden und in seinem Kreuz die Kraftquelle eines neuen Lebens finden. Diese hoffende Jesusliebe wird durch den Heiligen Geist in das Herz der Kinder Gottes gegeben. Nun lieben sie. Auf Hoffnung. In Wuppertal lebte am Anfang des 20. Jahrhunderts eine einfache Frau, die als Tante Hanna in der ganzen Stadt bekannt war. Wie vielen Menschen hat sie Liebe erzeigt und sie auf den Weg zum Leben geführt. Nur ihr eigener Mann war ein übeler, gottloser Trinker. Tante Hanna gab ihn nicht auf. Sie betete für ihn und liebte ihn geduldig, bis sie es erlebte, dass er die Verwandlung durch Jesu Gnade erfuhr. Aber das dauerte fast ein Leben lang. Herr, gib uns Geduld und Hoffnung im Leben. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.